es ist alle Leute auch von was ist jetzt gesagt ja wir sind hier wieder Survival Games und da oben naja ich weiß nicht was Pläck der will macht er bewegt sich nach vorne und zurück das ist ein bisschen ähm ja ähm ich wollte jetzt mal ok ich auch und das ja so siehst du ich bin so und so besonders nur ich brauche Voten warte es geht start start weißt du hauptsache ich bin direkt neben der Kiste und los geht's ich bin neben zwei Kisten zuerst habe ich mir die eine ich bin auch neben zwei Kisten ok Goldschwert das ist schon mal ein guter Anfang ich ziehe mir die Sachen immer direkt an ich habe keine Ahnung warum irgendwie Quatsch erstmal die anderen Kisten sammeln ich habe komplette Lederrüstung so was habe ich hier noch aber ich habe kein Schwert hast du ein Schwert für mich? ja ich habe Holzschwert und Goldschwert sehr gut gut wir machen wir immer Team xx turner x ja machen wir komm her du kleiner Kack ich habe ein Goldschwert und ne stirb 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 du kleiner Peo was? du kleiner Peo Peo ich habe Peo gesagt ich habe einen Wind in Stil Peo Peo ich habe ja schon hier so eine kleine Rute muss ich sagen Scheiße so ein Stütz ab ich muss das scheiße ne sag nicht das Stütz ab ne ich habe ich muss ich muss die Grafik aus Versehen runterschrauben weil es sonst absteht ich hatte doch gar nichts du Behinderter shit happens Bro schreib das mal shit happens Bro du redst gern mal nix machen du musst mal schreiben shit happens Bro das jetzt schreib das shit happens ne warte mal ich schreib das so ne gell mein Gott bin sie nicht da oben? Tycoon alter ich dachte schon er fliegt fliegt hast du schon die Kiste an er fliegt 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 ich bin an der Burg ich bin an der Burg da ist aber schon jemand gewesen ich werde den jetzt in meinem Segen halten und hier ist noch eine Kiste und die ist auch schon bist du denn? was hast du für ein Schwert? Gold und Holz Gold und Holz wie sieht es rüstungstechnisch bei dir aus? nicht so gut alles außer Lederkarte ich bin hinter dir warte mal ich fall jetzt runter so ich bin hinter dir ich bin hinter dir mit hinter dir so wo hast du was für ein Schwert? was brauchst du? ich hab schon Schwert achso ok los gehts lass mal Teilchen killen ja wo ist der? oh ich hab grad völlig vergessen dass wir aufnehmen übrigens kann ich an dieser Stelle auch eine Umfrage starten wie findet ihr dieses Text Schöpek alter! fuck you oh oh haben wir nur noch zu zweit? nein du wirst es in meiner Aufnahme sehen was ich vorhat was? ich weiß es nicht ich weiß es nicht auf jeden Fall sein du wirst es in meiner Aufnahme sehen ich werd hier folge heute hochladen und als äh und ich werd dann den Thumbnail in Trollbase rein machen weißt du? vor der Aufnahme hab ich mich mit nem Push to Talk stumm geschaltet und habt ihr was ich muss mich für ihn konzentrieren und du hast gesagt okay dann wenn ihr das sehen wollt schaut einfach bei Mr. Evil LP da ein da vorbei! nicht dabei! Link in der Beschreibung tschüss